Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing. Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, der 22. Februar 2024, 19.06 Uhr, hier auf Wunder. Oh, Moment! Genau, jetzt ist der Himmel über Wunder voller funkelnder Sternschnuppen. Es ist mir das Schönste, was ich je gesehen habe. Also schaut mit Hilfe von dem rechten Stick nach oben. Und es kommt noch besser. Wünscht man sich mit Hilfe der Art-Teste etwas von einer Sternschnuppe? Wird es warm? Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ein Versuch kann ja nicht schaden. Ich wünsche euch noch viel Glück. Damit mache ich mich wieder darin, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Also ich bin ehrlich, ich mag keinen Retro-Pixel-Style. Absolut nicht. Bettina! Dankeschön! Garten-Krampel. So. Nee, ist nicht meins. Nee, das Spiel habe ich nicht gespielt. Heute ist es andersrum. Heute habe ich auch um schwarz und oben rumfarbig. So. Warte, wir haben den schwarzen Mini-Rock vergessen. rote schleife ich habe tatsächlich kaum roten lidschatten ich weiß dass wir doch wahrscheinlich komisch aus der weiß ich wirklich gut um die augen machen wird aber irgendwie weiß ich nicht ich habe jetzt nicht so ein knalliges roh rohe erst mal die schnauze brille sieht man überhaupt dass ich mich um geschminkt ich hoffe dass valrant heute funktioniert auf jeden fall das neue update mal runtergezogen habe es neu installiert so eine schwarze stromfose das passt die schuhe auch so tasche habe ich ja eigentlich wieder die gleiche benutzt und hier we go das war's outfit of the day er war mein lippenstift da ist auch schon wieder weg na also ich habe jetzt heute nur so und so ein farbigen labello aber ich hatte eigentlich mal so ein cherry lippenstift aber ich weiß nicht wo der ist so seato ist online wo ist mein handy stimmt ich habe mir ja den kalender das einzig gute spiel reingeschrieben was veröffentlicht wird ich gebe euch noch ein bisschen glitzer staub so 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 it's a long time ago So, jetzt warte mal kurz. Wir gucken mal nach unseren Jacket Dress. Oder nach unseren geilen Strickhosen. Oder Kunstlederrock. Kunstleder. Lari, wann sehen wir uns wieder? Ich hab' gar nicht, ich hab' nicht mal einen Eindruck von diesem Kunstlederrücken scheinbar. Wie heute. Heute sehen wir uns, kommst du heute vorbei? Ich glaube, ich würde Ben eher sowas anziehen. Regenbogen. Nehmen wir in Rot. So. Die haben wir, glaube ich, auch schon alle. Gucken wir mal nach den Hasen kaputt. Hasen. Da hab' ich gar keinen. Guck mal, von der Schnauzerbrille gibt's auch tatsächlich einen schwarzen. Okay. Dann nehm' ich nur die Hase kaputt und nehm' keine. Ach, ich glaub' von den Socken hab' ich auch schon alle, oder? Ja. Ja. Von denen bestimmt auch schon. Ja. Schuhe. Boah. Okay, die Wienchenpumps hab' ich glaub' ich noch nicht alle. So. So. Silber, schwarz, rot, rosa. Aha. So. Gut, wir nehmen die grün. Perfekt. Dann hätten wir schon mal ein Outfit für heute. So. Jetzt habt ihr alle mal wieder ein bisschen Glitzerstaub bekommen. Ich muss dieses Ding da wieder wegpacken. den, äh, ne, nicht Ding, den Karnowalswagen. Hm, 91. So. Dann haben wir schon mal ja sinnvolles gemacht. Oh, ich meine Maus! Da! So, für alle, die mein Ferry, die ersten zehn Beryl Legalees sind im Pott. Ich könnte gerne etwas dazutun oder dagegen. So. Ah, jetzt habe ich den Karnevalswagen komplett weggemacht. So. Perfekt. Direkt schon drei Sternschnuppen. Vier Sternschnuppen. Fünf. Sechs. Wow. So. Gut. Würde ich sagen, starten wir doch mal langsam, oder? Auf die Plätze. Fertig. Los. Gut. Das muss man dann heute alles machen. Verkauf. Ups. Schieße Ballon auf. Sprech mit Nachbarn. Fange Schneeflocken und gieße Blumen. Hi. Ich soll mit Nachbarn sprechen. Okay. So. Ich habe tatsächlich wieder länger geschlafen. Stimmt. Philippa, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe gerade ein Geschenk bekommen. Wie süß. Eine Brille einfach. So. Hopp. So. Ähm. Verkauf für Obst. War noch was dabei? So. Gut. Wollen wir schon mal das erste weg? Okay. So. 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 균. So. Padraig. Dr Mitarbeiter bingang da und Kleber schweb für genie cute und procede. Das war's. Ich spau. Ich werde heute hier ganz noch sterchen. Gut, dann hätten wir schon mal jetzt die ganzen Obstsachen. Machen wir jetzt gerade direkt gleich 2 in 1. War das gerade? Ein Ballon. Perfekt. Goldschleuder. So, dann haben wir die nächste Quest erledigt. So, während wir die Obstsachen dann verkaufen, können wir dann auch gerade neue Pflanzen sammen holen. Und ich verdiene noch nicht viel Geld mit dem Verkaufen von dem. Perfekt. Nehmen wir doch, oder? So. Dann gucken wir mal. Upsa. Tada. Und tada. So, jetzt brauchen wir noch 3 Schneeflocken. Und wir gießen noch Blumen. Obwohl, wenn wir eh schon Gerd da haben, dann unterstützen wir doch auch Gerd und holen bei ihm uns Blumen, oder? Dann. Mallow? Das war's für heute. So, wir können ja hier mal gucken, was wir für unser ganzes Unkraut kriegen. So, wir sind raus. So, wir können ja hier mal gucken. Wie, meine Insel ist schon sauber. Jetzt wollte ich mir hier, ne? Unkrautfeind. Okay, ich bin pflanzenfressende Sortiererin. WTF? Hab ich jetzt, hat er jetzt gerade irgendwie Unkraut? Ich check's gerade nicht. Hi! Okay, wir gehen jetzt mal pflanzen gießen. Guck, da hinten ist da noch ganz viel. Guru, wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Kuba, am Wochenende ist in Dresden eine Kon. Ich weiß nicht, ob das von dir weit empfällt, dass meine geografischen Kenntnisse sind kaum vorhanden. Guck mal, da hinten ist ganz viel Unkraut. Ja, es geht. Wieso will er das nicht rufen? Wieso muss ich das jetzt selber machen, verdammt? Also, da wäre ich am Samstag auf einer Convention. Wenn du magst, kannst du ja auch kommen. Nachdem das ja mit Erfurt nicht so geklappt hat. Ich fühl mich irgendwie immer noch schlecht deswegen. Tut mir leid. Ja. Nein! Ja, no. Ich bin nur noch am überlegen, was ich jetzt noch anziehe. Ob ich noch mal das Schneelädchen mache? Böse! Ach so, warte mal. Ich muss da noch pflanzen gießen, ne? So, jetzt nächste. Da muss man eigentlich schon noch eine Schneeflocke finden. Und dann haben wir da. Ich sehe sie schon. Muss ich hin. Flocken. Tra! Die Delis werden hiermit erledigt. Und dann gucken wir mal, ob wir noch was zusätzliches schaffen. Okay! Infossil. Das musste ich hier heute schon selbst unkraut diäten. Eieiei. Nein, ich will es nicht aufheben, dann muss ich es ja auch zurückbringen, oder? Aber eigentlich bin ich nett, oder? Oh, es tut mir leid, Täter, Tron. Oh nein, der Arme. Habt ihr das gerade gesehen? Was überlegst du? Oh, Drama, Drama, Baby. Ach so. Ich hab ihn erschreckt. Also, weil... Wo ist Conny eigentlich? Übrigens, der Mond sieht echt krass aus. Wohnt hier Conny? Nee, das ist Cornelia. Ist Cornelia Conny? Oder hab ich noch jemanden? Ich kenn meine ganzen Bewohner nicht. Cornelia und Conny! Ich fasse es nicht. Ich hab zweimal... Können ruhig beide weg von meiner Insel. Ach, wie liebensvoll ich glaube, wie da bin. Ich bin da mit! Oh, mein Gott! Ich persönlich bin, ich bin ein ganzes Leben lang, und manchmal über추ke. Te decili? Tylken habe. Oh nein. Wieso kriege ich eine andere Gäste, wenn... Achso. Gut. Aber eigentlich wollte ich ja die Pundsache abgeben. So, wo ist Misutsu? Okay, Misutsu ist schon mal nicht in ihrem Haus. Hi. So. Cool, ich kriege dafür jetzt irgendeinen Hut. Und zeig uns jungen Mütze. So, Bettina, wo bist du? Ich hab dein Geschenk abgegeben. So. Ich hab den Streit geschlichtet. So, liebe Leute. Und wir haben... Achso, das ist oben noch ein letztes Mal. Hier Obst. Oh, tatsächlich. Ich konnte was Neues lernen. Eine Obstarte. Wieso bin ich nicht immer direkt automatisch oben? So. So. Okay. Und was haben wir noch im Inventar? Noch ein Geschenk. So. Perfekt. Gut. Und mit den letzten drei Wünschen verabschieden wir uns aus Animal Crossing. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.